lernt ihr, wie man einen eigenen Kurs in Mebis erstellt. Dazu muss ich mich zuerst mal einloggen. Erkenne ich jetzt daran, dass hier oben mein eigener Name steht. Und die Kurserstellung geschieht auf der Lernplattform. Also klicken wir jetzt hier nach dem Startbildschirm auf die Lernplattform und landen dann auf unserem sogenannten Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch sehe ich jetzt alle Kurse, die ich selbst erstellt habe oder in denen ich eingeschrieben bin. Und wenn ich jetzt einen neuen Kurs erstellen möchte, gehe ich hier auf das Hut-Symbol mit dem Plus, auf Kurs erstellen. In dem Menü, das jetzt kommt, muss ich auf jeden Fall einen vollständigen Kursnamen angeben. Erkenne ich an dem Sternchen hier, dass ich das muss. Wenn ihr mal Klasse, wenn nicht schlecht, wenn ihr darin vorkommt, 9Z. Das Schuljahr gebe ich immer noch an, 17, 18, das Fach. Und vielleicht dann noch den Namen der Lehrkraft. Das gleiche kann ich auch dann bei kurzer Kursnahme angeben. Die restlichen Sachen kann man eigentlich so unverändert lassen erst mal. Ich könnte noch eine Kursbeschreibung angeben, brauche ich auch nicht unbedingt. Ich könnte hier noch ein Bild für die Kursbeschreibung hinzufügen. Und weiter unten kann ich dann noch zahlreiche andere Sachen verändern oder umbenennen. Kann ich aber auch noch alles machen, wenn der Kurs schon steht. Standardmäßig ist das Kursformat das Themenformat. Und es sind 10 Abschnitte voreingestellt. Das passt alles, also lasse ich das so und gehe dann auf Speichern und Anzeigen ganz am Ende. Das heißt, der Kurs ist jetzt bereits erstellt. Ich lande jetzt auch direkt in dem Kurs. Hier, 9Z, 17, 18, Chemie, LOH. Ich habe automatisch ein Ankündigungsforum, in welchem ich als Lehrkraft Sachen ankündigen kann. Und dann habe ich hier diese 10 Themen in dem Kurs, die voreingestellt waren. Wenn ich jetzt auf meinen Schreibtisch gehe, dann finde ich diesen Kurs 9Z, 17, 18 Chemie, dauerhaft auf meinem Schreibtisch.